Hi Friends und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich extra für euch drei neue Smoothie Rezepte. Dafür habe ich keine Kosten und Mühen geschult. Rezept Nummer 1 Ups, ein vergessen. Rezept Nummer 2 Rezept Nummer 3 Normalerweise ist es jetzt Smoothie mit Gemüse oder Obst, aber heute nicht. Wahh, das ist so schräg. Das wird... Oh, irgendwie. Wahh, wahh. Schade, was ist das? Bitte. Bahh. Jetzt. Bahh. Jetzt eigentlich. Es geht los. Unser erstes Rezept der Schoko-Smoothie. Oh shit. 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 Genug geilig nach Cover. Ganz normal eigentlich. Richtig auf jeden Fall wie Cover. Und was soll ich denn probieren? Oh Fisch! Schmeckt euch gar nicht so schlecht. Schmeckt ihr wie Kinder Country oder so? Schmeckt gar nicht schlecht. Nummer 2 ist etwas weniger angenehmeres. Cola mit Chips und Flips. Okay, dann tue ich jetzt so ein bisschen was von den Chips ein. Eine Handvoll, eine halbe. Fisch. Die haben sich jetzt natürlich alle aufgelöst, aber das wird jetzt ganz wieder die Flieke. Wooh! Pfff, ein bisschen mit der Flieke. Okay, Nummer 2 riecht leicht nach Orange und sonst eigentlich noch, ja, bereit ist. Ja, also, äh, scheint nicht angenehm aus. Ähm, riecht eben noch leichtere Roche und äh, jetzt gibt da Chips Flips Geschmackstests. Wooh! 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 Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ich schätze. Naja, ist was. Ja. Mit der Hustenmedizin oder so. Ja. Das schmeckt mir sogar. Das Rezept hat nicht bestanden. Es gibt die Mega-Challenge des Jahrtausends. Und zwar Hot Dogs Würste und Salami in Milz, Spicy und Rabinero. Scharf. Ähm, ja Salami, also 3 Scheiben Salami und eine Wurst. Und ähm, das ist bereits unabhängig. Also habe ich mir diesen Kurzkübel hier vorbereitet. Den werde ich wahrscheinlich auch bedaufen werden. Ah, aus dem Mixer tue ich nie wieder was drin. Scheiße! So, und dann machen wir jetzt erst einmal die Bünde auf. Boah, ich weiß echt überhaupt, wie wir scharf die haben. Aber hoffentlich werden sie nicht so irgendwas von 480 Kurbeln. Es ist voll. So, die milde Salami zuerst. Boah! 180 Kurbeln. Die Spicy. Die habe ich sehr respektvoll, weil die so ausschaut. Und die 580 Kurbeln Salami Nummer 3. Die habenlos ausschaut, genau wie wir die Erbchen. Unklang erreicht, hoffentlich auch schon. Das wäre jetzt so unangenehm schmeckt, denn das Kurbel jetzt noch dran. Oh Gott, da ist der Filter wieder ausgesprungen. Das ist jetzt so unangenehm schmeckt, aber die Ikone ist nicht. Jetzt gebe ich nachher den Hund zu 150.000 Prozent. Das ist ja noch Kandibalen, was drin ist. Wow! Was? Was? Was cet effekt anchor ist? Das fand die Mitets Anytime. Wo ist das? Wo ist das Amgen? Did die���cue, was ins toys hatte? Wo ist das? Das ist einfach klar! Wo ist das Wasser? weil oben Würstchen lang und unten einfach nur das Wasser. Waaah! Überrettet Wurscht, dass es halt noch aussieht. Waaah! Waaah, ist das widerlich. Jaaa! Ich muss auch drehen. Dieses Rezept ist eher nicht empfehlenswert. Man kotzt ja schon, wenn man es rührt. Man kotzt ja schon, wie man es anklangt. Also nicht, oh, schau mal. Smoothie ist eher ein Gemüsegetränk oder Obstgetränk. Da lobe ich mir lieber ein normales Smoothie. So, hier bin ich wieder und jetzt zu etwa Sinnvollem. Wer meine Videos mitverfolgt hat, weiß bestimmt, dass ich bis faszin 2017 sportlich aktiv sein wollte. Ich hatte leider keine Zeit, weil ich bei der NASA einen Testflug machen musste. Nein, das war natürlich alles nur Spaß. Ich konnte nicht, weil ich an der Wall Street in Amerika bei einer Bösespende kündigen musste. Ich stehe zu meinem Wort und spende 50 Euro an bedürftige Kinder. Dafür muss ich leider eine Bank überfahren, versteht sich? Meine Spendenquittung zeige ich euch im nächsten Video. Luke Hesse für heute, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao! ARD Text im Auftrag von Funk